Liebe FSV-Fans, wir nehmen euch heute mal mit bei unserem Mediatag. Viel Spaß und genießt es. Steffu, guck mal rein. Sag mal was kurz. Klasse. Mein Freund Lars, was geht ab? Was geht, mein Freund? Charme hat sich letztes Mal vom Tennisspiel gedrückt. Liebe Fans, hier ist Mike. Wir freuen uns sehr, dass ihr endlich wieder ins Stadion dürft. Freut euch drauf. Wir freuen uns auf jeden Fall auf euch. Haut rein!